Atheisten versuchen gerne durch den Darwinismus zu suggerieren, dass Gott nicht existiere, da man ja nun wissenschaftlich in Anführungszeichen bewiesen habe, dass das Leben durch reinen Zufall entstanden sein soll. Alles irdische Leben, alle irdischen Lebensformen seien ja nur durch natürliche Selektion und durch zufallsgesteuerte Prozesse auf makroskopischer und mikroskopischer Ebene entstanden. Und um das Ganze zu veranschaulichen, sagen sie, auch eine komplexe Reihe von Informationen, die ist auch ohne Gott denkbar, die kann durch reinen Zufall angestoßen werden und das Modell des tippenden Affen soll dies Ganze illustrieren. Und wenn wir uns in diesem Beitrag nun über den tippenden Affen, über dieses Modell und über Richard Dawkins blinden Uhrmacher, in Anführungszeichen unterhalten, dann möchte ich einmal den Erzapostel der Atheisten selbst zitieren. Richard Dawkins sagte einmal, man braucht kein Mathematiker oder Physiker zu sein, um auszurechnen, dass es bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag dauern würde, bis ein Auge oder ein Hämoglobin-Molekül sich durch rein zufälliges drunter und drüber zusammenfände. Naja, ich würde mal so sagen, als Biologe muss er es ja wissen. Doch eben dieser Richard Dawkins behauptet nun, dass ungesteuerte, natürliche Prozesse den Ursprung biologischer Informationen bilden. Eine Informationszufuhr von außen oder gar eben von Gott, vom christlichen Gott vielleicht, sei ja nicht erforderlich. Und in seinem Buch Der blinde Uhrmacher verwendet er nun eine sehr, sehr interessante Analogie. Denn Huxley hat 1860 in Oxford in seiner berühmten Debatte mit Wilberforce argumentiert, dass zufällig tippende Affen, denen man ein langes Leben, unbegrenzte Papiervorräte und unendliche Energie zugesteht, irgendwann durch Zufall eines von Shakespeare's Gedichten oder sogar ein ganzes Buch tippen würden. Ja. Ja, Herr Dawkins, es ist schon interessant, was in Ihrer Welt alles möglich ist. Denn, das hat er natürlich nicht gesagt, der Herr Huxley. Das kann er gar nicht gesagt haben. Bis 1874 waren Schreibmaschinen nämlich noch nicht einmal auf dem Markt. Ja, soviel zum Thema Aufrichtigkeit und soviel zum Thema zuverlässiger Informationen in Richard Dawkins Werken. Aber geschenkt. Beschäftigen wir uns doch lieber mit dem eigentlichen Modell dieser tippenden Affen. Nette Geschichte. Wirklich nette Geschichte. Aber angesichts des neu bestimmten Alters des Universums und ganz zu schweigen vom Alter der Erde ist es halt ganz klar mathematischer Unsinn. Der bedeutende Mathematiker Giancarlo Rota schrieb in einem unvollendeten Buch über Wahrscheinlichkeit einmal, Wenn der Affe in der Lage wäre, jeweils einmal pro Nanosekunde eine Taste zu drücken, dann würde die Wartezeit, bis er den gesamten Hamlet vollendet habe, so lang sein, dass das geschätzte Alter des Universums im Vergleich dazu unbedeutend wäre. Eine nicht gerade praktikable Methode, um Theaterstücke zu schreiben. Ja, solche Berechnungen sind auch nicht schwierig, denn Russell Grigg, der berechnet beispielsweise in seinem Artikel Could monkeys type the 23rd Psalm, also könnten Affen den 23. Psalm tippen, dass wenn ein Affe willkürlich eine Taste pro Sekunde drückt, die durchschnittliche Zeit, um das Wort der zu erhalten, 34,72 Stunden betragen würde. Um etwas zu erzeugen, das so lang und vor allem so korrekt ist wie der 23. Psalm, also ein kurzes hebräisches Gedicht, bestehend aus 603 Buchstaben, Verszahlen und Leerzeichen, würde man durchschnittlich etwa 10 hoch 1017 Jahre brauchen. Die derzeitige Schätzung des Alters des Universums liegt irgendwo zwischen 4 und 15 mal 10 hoch 9 Jahren. Nach Richard Dawkins Definition macht diese Berechnung den 23. Psalm sicherlich zu einer komplexen Sache, die eine Beschaffenheit besitzt, die im Voraus spezifizierbar ist, von der es aber höchst unwahrscheinlich ist, dass sie allein durch willkürlichen Zufall erworben wurde. Seit dem 1. Juli 2003 gibt es jetzt eine interessante Computersimulation, die tippende Affen mit einem Anschlag pro Sekunde simuliert. Begannen wurde mit 100 Affen, deren Anzahl immer nach ein paar Tagen verdoppelt wird. Und natürlich gibt es ein unbegrenztes Angebot an Bananen. Der letzte Stand liegt bei 24 aufeinanderfolgenden Buchstaben aus Shakespeare's Heinrich IV., erzeugt in 10 hoch 40 Affenjahren. Das Alter des Universums wird auf weniger als 10 hoch 11 Jahre geschätzt, nur zum Vergleich. Berechnungen dieser Art haben die meisten Wissenschaftler nun seit langem davon überzeugt, Dawkins eingeschlossen, dass rein zufällige Prozesse den Ursprung komplexer informationsgeladener Systeme nicht erklären können. Dawkins zitiert Isaac Asimovs Schätzung der Wahrscheinlichkeit, ein Hämoglobin-Molekül zufällig aus Aminosäuren zusammenzubauen. Denn dieser sagt, ein Hämoglobin-Molekül besteht aus vier Aminosäurenketten, die sich zusammenlagern. Stellen wir uns nun eine dieser vier Ketten vor. Sie besteht aus 146 Aminosäuren. Lebewesen enthalten gewöhnlich 20 verschiedene Sorten von Aminosäuren. Die Anzahl der möglichen Anordnungen dieser 20 in Ketten mit 146 Gliedern ist unvorstellbar groß. Es sind mathematisch genau 20 hoch 146, was etwa 10 hoch 190 entspricht. Im gesamten Universum gibt es nur ungefähr 10 hoch 70 Protonen. Erinnern wir uns nun an Richard Dawkins unmissverständliche Schlussfolgerung. Dabei liegt es sonnenklar, eindeutig und unmissverständlich auf der Hand, dass der Darwinismus, wäre er wirklich eine Theorie des Zufalls, nicht funktionieren könnte. Man braucht kein Mathematiker oder Physiker zu sein, um auszurechnen, dass es bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag dauern würde, bis ein Auge oder ein Hämoglobin-Molekül sich durch rein zufälliges drunter und drüber zusammenfände. Sir Fred Hoyle und der Astrophysiker Chandra Vikramasinghe teilen Dawkins Ansicht hinsichtlich der Fähigkeiten reiner Zufallsprozesse. Wie groß die Umwelt auch ist, die man betrachtet, das Leben kann nicht zufällig entstanden sein. Riesige Affenhorden, die beliebig auf Schreibmaschinen herumhämmern, könnten Shakespeare's Werke schon deshalb nicht zustande bringen, weil das ganze beobachtbare Universum nicht groß genug ist, die dazu erforderlichen Affenhorden, Schreibmaschinen und natürlich auch die Papierkörbe zu beherbergen, in denen die fehlgeschlagenen Versuche Platz hätten. Das gilt ebenso für lebende Materie. Und wenn ein Affe wirklich so intelligent wäre, auch irgendwie zu verstehen, dass man irgendwann irgendwo mal einen Knopf drücken muss, um tatsächlich eine sinnvolle Aneinanderreihung von Buchstaben hier zu erreichen, und Affen würden da einfach nur drauf rumhauen und vielleicht höchstens, naja, ihre Ausscheidungen auf diesem Gerät platzieren, als sonst irgendetwas. Die Wahrscheinlichkeit einer spontanen Bildung von Leben aus unbelebter Materie beträgt eins zu einer Zahl mit 40.000 Nullen. Eine Zahl, die also groß genug ist, Darwin und die gesamte Evolutionstheorie zu begraben. Es gab keine Ursuppe, weder auf diesem Planeten noch auf irgendeinem anderen, und wenn die Anfänge des Lebens nicht zufällig waren, dann müssen sie das Produkt einer zielgerichteten Intelligenz gewesen sein. Ich möchte jetzt einfach mal ganz klar sagen, ich bezwecke mit diesem Beitrag nicht, die Evolutionstheorie zu leugnen. Das habe ich nie getan, und ich habe immer darauf hingewiesen, dass die Evolutionstheorie auf wissenschaftlichen Fakten und Beweisen beruht. Trotzdem, zu argumentieren, die Evolution sei durch reinen Zufall und durch rein selektive Prozesse der Natur irgendwie ins Rollen gekommen, ist absolut unschlüssig. Und es erschließt sich mir auch nicht, warum manche Atheisten sich mit der Evolution bewaffnen und dies als unschlagbares Argument gegen die Existenz Gottes bringen, wenn doch schon damals seinerzeit Charles Darwin sich gegen solche Versuche wie zum Beispiel gegen den Atheisten Ludwig Büchner, welcher ihn dazu missbrauchen wollte, eben den Atheismus populär zu machen, gewährt hat. Und warum, warum in Gottes Namen glaubt dann jemand, der sich damit auskennt, da er Leiter des Human Genome Projects ist, also Francis Collins, der eine wirkliche Koryphäe auf diesem Gebiet ist, warum glaubt so jemand dann trotz seiner Überzeugung der Evolution an Gott? Tja, das könnte, das könnte damit zusammenhängen, dass die Evolution kein Beweis dafür ist, dass Gott nicht existiert. Nun scheinen sich also alle einig zu sein, dass der zufällige Ursprung, der Bestandteile des Lebens, in der Ursuppe keine Chance hat. Wie also kann dann der Ursprung einer solchen Komplexität erklärt werden? Richard Dawkins versucht nun die Schwierigkeit des Ursprungs von Systemen, deren hoch spezifizierte Komplexität einen zufälligen Ursprung ausschließt, zu lösen, indem er, Zitat, die Unwahrscheinlichkeit in kleine handliche Teile zerlegt und damit den Zufall austrickst. Er begibt sich auf die Rückseite des Unwahrscheinlichkeitsgebirges und kriecht dort die sanften Abhänge hoch, einen Millionen Jahr Zentimeter nach dem anderen. Wollen wir nun schauen, was das mit Dawkins' Wahrscheinlichkeitsberg auf sich hat. Und dann versuchen wir die Unwahrscheinlichkeit zu reduzieren, etwa ein Hämoglobin-Molekül zu erzeugen, indem wir den Prozess in kleine Schritte unterteilen. Sagen wir tausend Schritte bis zum Gipfel des Berges und gehen wir von der vereinfachten Situation aus mit nur zwei Wahlmöglichkeiten pro Schritt. Die eine Wahl führt uns zu etwas Brauchbarem, die andere nicht, sodass sie von der natürlichen Selektion ausgeschieden werden kann. Außerdem ist jeder Schritt unabhängig und wird ein falscher Weg gegangen, ist die Evolution in der Sackgasse und müssen die Evolutionsmaßnahmen neu gestartet werden. Mit der Wahrscheinlichkeit von 1 zu 2 hoch 1000, das entspricht etwa der Wahrscheinlichkeit 1 zu 10 hoch 300, finden wir nun den richtigen Weg auf diesen Unwahrscheinlichkeitsberg. Diese Wahrscheinlichkeit ist noch kleiner als die der zufälligen Bildung eines Hämoglobin-Moleküls. Dawkins' Bergbesteigung ist in mehr als einem Sinne unwahrscheinlich. Der Physik-Nobelpreisträger Brian Josephson aus Cambridge weist auf eine weitere versteckte Voraussetzung in Dawkins' Versuch hin. In Büchern wie Der blinde Uhrmacher, so schreibt er, hängt ein entscheidender Teil der Argumentation davon ab, ob ein durchgängiger Weg besteht, der von den Ursprüngen des Lebens zum Menschen führt, bei dem jeder Schritt sowohl von der natürlichen Selektion begünstigt wird, als auch klein genug ist, durch Zufall stattgefunden zu haben. Es scheint, als würde die Existenz des Weges als etwas logisch Notwendiges dargestellt, aber tatsächlich gibt es diese Notwendigkeit nicht, vielmehr fordern häufig gemachte Voraussetzungen der Evolution die Existenz eines solchen Weges. Der einzige Weg, aus der wahrscheinlichkeitstheoretischen Sackgasse herauszukommen, ist nun zu versuchen, die Wahrscheinlichkeit drastisch zu erhöhen, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit tendrastisch zu erhöhen. Genau das tut Dawkins in dem Buch Der blinde Uhrmacher. Er behauptet, dass der Ursprung des Lebens weit von einem reinen Zufallsprozess entfernt war, obwohl es seiner Meinung nach mit etwas begonnen haben muss, das einfach genug war, um zufällig zu entstehen. Dann allerdings, anstatt einen bloßen Einschritt-Sieb-Vorgang, ähnlich dem Zusammenmischen aller Aminosäurebestandteile des Hämoglobins, zu haben und zu hoffen, das Molekül zufällig zu erhalten, schlägt er vor, der Prozess sei eine Art allmählich zunehmende Sieben oder auch Selektion, in welche die Resultate jedes Sieb-Vorgangs demnächsten zugeführt würden. Laut Richard Dawkins wird so ein gesetzesähnlicher Maßstab in den Prozess eingebracht, sodass es als eine Kombination von Zufall und Notwendigkeit angesehen werden kann. Um dies zu illustrieren, verwendet er eine Computersimulation als Variante zu Huxleys Analogie der tippenden Affen und liefert uns einen darauf basierenden Algorithmus. Er macht den Affen nun eine Zielvorgabe. Als Beispiel wählt er den Satz aus Shakespeare's Hamlet My things, it is like a weasel. Mich düngt, es sieht aus wie ein Weasel. Dieser Satz ist 28 in Anführungszeichen buchstabenlang, das Leerzeichen zählt als Buchstabe und wir bedienen uns eines Alphabets mit 26 Buchstaben und einem Leerzeichen. Die Situation ist folgende. Wir haben 28 Affen, je ein Affe für je einen Buchstaben des Zielsatzes, die tippend in einer Reihe sitzen. Jeder Affe hat einen Zielbuchstaben in einem Zielsatz. Wir berechnen zunächst die Wahrscheinlichkeit, mit der sie zufällig den Zielsatz tippen. Die Wahrscheinlichkeit, den ersten Buchstaben zufällig tippend zu erhalten, in Analogie zur Mutation, ist 1 zu 27, bei zwei richtigen Buchstaben bereits 1 zu 27 mal 27 und so weiter. Damit liegt die mathematische Wahrscheinlichkeit, den Satz mit einem Versuch durch zufälliges Anschlagen der Tasten zu erhalten, bei 1 zu 27 hoch 28, was annähernd 1 zu 10 hoch 40 entspricht. Diese Wahrscheinlichkeit ist so unvorstellbar gering, noch geringer als 1 zu einer Billion Billionen Billionen. Anders ausgedrückt, der Zielsatz ist ein bestimmter isolierter Punkt in einem Raum mit einer Billion Billionen Billionen weiterer Punkte. Ein Punkt, den wir durch einen geeigneten Prozess finden müssen. Berechnen wir nun die Wahrscheinlichkeit, das Ziel in n Versuchen zu erreichen. Dies berechnet sich am besten, wenn wir uns den ersten Versuch ansehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass alle Affen den falschen Buchstaben tippen, ist 1 minus 1, 27 hoch 28, in eckigen Klammern. Somit ist in n Versuchen die Wahrscheinlichkeit, es falsch zu haben, 1 minus 1, Klammer auf, 27 hoch 28, Klammer zu, hoch n. Folglich ist die Wahrscheinlichkeit, es in n Versuchen richtig zu haben, 1 minus, Klammer auf, 1 minus 1, Schrägstrich, eckige Klammer auf, 27 hoch 28, eckige Klammer zu, runde Klammer zu, hoch n. Gehen wir davon aus, n ist eine Milliarde, so ist die Wahrscheinlichkeit immer noch unglaublich gering. Ungefähr 1 zu 10 hoch 31. Und dies, obwohl die Buchstabenfolge verglichen mit der Länge eines Säugetiergenoms, im Menschen sind es mehr als 3 Milliarden Buchstaben, vernachlässigbar ist. Richard Dawkins liefert folgende angebliche Lösung des Problems, die geringen Wahrscheinlichkeiten auf handhabbare Größenverhältnisse zu erhöhen. Jedes Mal, wenn ein Affe einen Buchstaben anschlägt, wird dieser mit dem Zielbuchstaben verglichen. Ein durchaus nicht zufälliger Vorgang. Dieser Vergleich muss natürlich von einer Vorrichtung einem Computer oder durch einen Oberoffen, wie dem Mathematiker David Berlinski vorschlägt, vorgenommen werden. Hat der Affe den Zielbuchstaben getippt, so merkt sich der Computer diesen Buchstaben. Ein weiterer nicht zufälliger Vorgang und der Affe hört auf zu tippen, seine Aufgabe ist erfüllt. Wenn nicht, muss der Affe einfach weiter tippen, bis er seinen Zielbuchstaben trifft. Im Fall von Dawkins Simulationsvariante ist der Zielsatz in 43 Schritten, also in der Tat, sehr viel schneller erreicht. Was in der reinen Zufallssituation bei einer Milliarde Versuche nur eine Wahrscheinlichkeit von etwa 1 zu 10 hoch 31 haben würde, braucht jetzt nur 43 Versuche. Wir sehen, dass Dawkins Modell sowohl den Zufall, die tippenden Affen, als auch die Notwendigkeit, ein gesetzesähnlicher Algorithmus, der den Vergleich des Versuchs mit dem Zielsatz vornimmt, einbezieht. Sein Algorithmus misst nun die sogenannte Tauglichkeit einer Lösung durch Berechnung der Differenz oder Distanz dieser Lösung zum Zielsatz. Wir sind nun beim Kern von Richard Dawkins' Argumentation angelangt. Erinnern wir uns daran, was sie geltend macht. Natürliche Selektion, ein blinder, geistloser, ungesteuerter Prozess, hat die Macht, biologische Information zu erzeugen. Aber wir können nichts dergleichen erkennen. Dawkins hat sein Problem nur dadurch gelöst, dass er die zwei Punkte ins Spiel bringt, die er um jeden Preis vermeiden möchte. In seinem Buch sagt er, dass Evolution blind und ziellos sei. Wie kommt er jetzt aber dazu, einen Zielsatz einzuführen? Ein Zielsatz ist ein ganz konkretes Ziel, das laut Dawkins ein zutiefst undarwinistisches Konzept darstellt. Und wie könnte eine blinde Evolution nicht nur dieses Ziel sehen, sondern auch einen Versuch mit ihm vergleichen und ihn auswählen, wenn er dem Ziel näher kommt als der vorige Versuch? Laut Dawkins ist Evolution auch geistlos. Wie kommt er dann dazu, zwei Mechanismen einzuführen, die beide von einer dahinter steckenden Intelligenz zeugen? Ein Mechanismus, der jeden Versuch mit dem Zielsatz vergleicht und einer, der sich einen erfolgreichen Versuch festhalten kann? Am seltsamsten ist jedoch, die Information, die von den Mechanismen produziert werden soll, ist offensichtlich bereits irgendwo in dem Organismus enthalten, dessen Ursprung er durch den Vorgang simulieren will. Die Argumentation von Dawkins ist also ein einziger Zirkelschluss und widerspricht seinen eigenen Prämissen. Wir sollten beachten, dass sich aufgrund dieser Eigenschaft Dawkins Mechanismus von einem Evolutionsalgorithmus unterscheidet. Evolutionäre Algorithmen sind aus den Ingenieurwissenschaften und anderen Anwendungen bekannt, als ausgezeichnete, bewährte Möglichkeiten, um eine Lösung für ein komplexes Problem zu finden. Rechenberg veranschaulicht beispielsweise eine evolutionäre Strategie, wodurch der elektrische Widerstand eines komplexen Systems durch aufeinanderfolgende zufällige Variationen auf ein Minimum gebracht werden kann. Bei jedem evolutionären Schritt werden die Parameter des Systems willkürlich verändert und der Widerstand gemessen. Führt die Veränderung zu einem erhöhten Widerstand, so wird sie umgekehrt. Führt sie zu einem verringerten Widerstand, so wird sie festgehalten und als Ausgangsposition für den nächsten Schritt verwendet. Eine derartige evolutionäre Strategie setzt voraus, dass ein messbarer und zu optimierender Parameter besteht, um beispielsweise einen elektrischen Widerstand herabzusetzen. Mit der Zielsetzung, einen Widerstand zu minimieren, prüft das Modell alle möglichen durch zufällige Veränderung erreichbaren Zustände und erzeugt schließlich den vorher unbekannten optimalen Zustand. Zu Beginn des Prozesses ist die Lösung folglich nicht bekannt und dies ist hier der entscheidende Punkt. Wie wir jedoch gerade gesehen haben, ist in dem Dawkins-Szenario genau das Gegenteil der Fall. Es wäre also sehr naiv zu behaupten, die Simulation von Dawkins sei wegen des Erfolgs evolutionärer Algorithmen plausibel. Der Mathematiker David Berlinski äußert sich in einem viel diskutierten Artikel recht energisch dazu. Die ganze Vorgehensweise ist das Ergebnis einer Selbsttäuschung. Ein Zielsatz, Iterationen, die dem Ziel ähneln, ein Computer oder Oberaffe, der den Abstand zwischen Misserfolg und Erfolg misst. Wenn Dinge kein Sehvermögen haben, wie stellt sich ihnen dann das Ziel dar? Und wie wird die Distanz zwischen zufällig erzeugten Sätzen um den Sielen bewertet? Und durch wen? Und der Oberaffe? Ja, wie steht es denn mit ihm? Die Darwinische Theorie hatte auf der Ebene von Organismen das Wirken bewusster Planung beseitigt. Hier taucht sie wieder auf. Ausgerechnet bei der Beschreibung der angeblich geistlosen, zufälligen, natürlichen Selektion. Das ist ein treffendes Beispiel für das, was Freud als Wiederkehr des Verdrängten bezeichnet. Und ich möchte nur einmal anmerken, wenn ich einerseits einen zufälligen Prozess postuliere und dann feststelle, mit Zufall komme ich da nicht weiter. Und in einer Computersimulation setze ich einen Maßstab, setze ich ein Ziel und setze ich einen Oberaffen, der das Ganze wieder prüft, dann hätte ich ja, wenn ich das Ganze anwende, natürlich, das ist jetzt hier die Simulation, damit die Computersimulation funktioniert, habe ich das programmiert. Es steht aber dann eben eine intelligente Planung hinter dieser Simulation. Es gibt jemanden, der sich ein Ziel setzt und dann die Mechanismen dazu konstruiert. Und es gibt jemanden, der die Schritte vorher intelligent abwägt und genau weiß, was er getan hat und was er jetzt tun muss und was er noch tun wird. Insofern macht es absolut keinen Sinn, auf diese Art und Weise gegen Gott zu argumentieren, wenn man hier Anleihen von Gott macht. Seltsamerweise gesteht Dawkins ein, dass seine Analogie irreführend ist, eben weil kumulative natürliche Selektion blind ist für ein Ziel. Er behauptet, dass das Programm modifiziert werden kann, um diesen Punkt zu berücksichtigen. Eine Behauptung, die erwartungsgemäß nirgends untermauert wird, weil dies nicht möglich ist. Selbst wenn die Behauptung realisiert werden könnte, würde sie das genaue Gegenteil von dem nachweisen, was Dawkins glaubt. Einfach weil die Modifikation eines Programms das Einbringen von noch mehr Intelligenz in ein bereits intelligent geplantes Artefakt, das ursprüngliche Programm, mit einschließt. Dawkins' noch ausgeklügelteres Biomorph-Programm bezieht ebenfalls ein intelligent entworfenes Filterprinzip mit ein. Bei dem Programm handelt es sich um ein Computerpaket, mit dem bestimmte Figuren auf dem Bildschirm erzeugt und vom Operator des Computers aufgrund ihrer Eleganz usw. ausgewählt werden können, was zu immer komplexeren Mustern, sogenannten Biomorphen führt. Entfernt man das Filterprinzip, das Ziel und den Oberaffen, so endet das Ganze in völligem Unsinn. Um plausibel zu sein, sind Dawkins' Analogien darauf angewiesen, dass genau die Merkmale in sein Modell eingebracht werden, deren Existenz er in der Realität leugnet. Es geht hier um Programmierfragen. Wenn es aber in der Realität auch um solche Programmierfragen geht, dann hat er damit nur gezeigt, dass er das leugnet, was er in seinen eigenen Analogien als notwendig erachtet und auch braucht. Tatsächlich hat Dawkins damit gezeigt, dass hinreichend komplexe Systeme wie Sprachen jeglicher Art der genetische Code der DNS eingeschlossen, der ja nachweislich auf Fehlertoleranz extra ausgelegt ist und der nur unter einer von einer Million Zufallscodes ein solcher raus. Und da muss man ganz klar sagen, das ist ja das, was er hier sagt, diese hinreichend komplexen Systeme sind nicht erklärbar ohne die vorherige Eingabe von Informationen in dieses System. Um was es hier geht, kann an dem einfachen Beispiel der Automatikuhr gesehen werden. Dieses Laufwerk nutzt die zufälligen Bewegungen von Handgelenk und Arm, um sich selbst aufzuziehen. Wie geschieht das? Ein intelligenter Uhrmacher hat einen Mechanismus konstruiert, der es einem Schwungrad ermöglicht, sich nur in eine Richtung zu bewegen. Dieser wählt wirkungsvoll die Bewegungen von Handgelenk und Arm aus, die das Schwungrad in Bewegung setzen, während andere blockiert werden. Der Mechanismus ist das Ergebnis intelligenter Planung. Laut Dawkins kann ein solcher Mechanismus nicht darwinistisch sein. Sein blinder Uhrmacher kann nicht voraussehen. Um noch einmal Berlinski zu zitieren, der darwinistische Mechanismus kann nicht voraussehen und sich nicht erinnern. Er gibt keine Richtung an und trifft keine Entscheidungen. Was in der Evolutionstheorie unannehmbar ist, was strikt untersagt ist, ist das Auftreten einer Kraft mit der Fähigkeit, die Zeit zu überblicken, eine Kraft, die einen Punkt oder eine Eigenschaft bewahrt, weil diese nützlich sein wird, wie der Mechanismus in der Uhr. Eine solche Kraft ist nicht mehr darwinistisch. Wie könnte eine blinde Kraft derartiges wissen? Und mit welchen Mitteln könnte ein zukünftiger Nutzen der Gegenwart übermittelt werden? Es gibt noch mehr Probleme mit Richard Dawkins' Analogie und seiner Argumentation. Insbesondere dann, wenn wir versuchen, sie auf die Entstehung einer von Michael Behe beschriebenen, irreduzibel komplexen Maschine anzuwenden, die wir schon besprochen haben und die wir jetzt noch weiter besprechen werden. Am besten wird das Problem von Elliot Sober illustriert, der Dawkins' Analogie auf ein Kombinationsschloss anwendet, welches sich nur mit der Kombination Methinks it is a weasel öffnen lässt. Das Kombinationsschloss setzt sich aus 19 nebeneinander angeordneten Scheiben zusammen, von denen jede die 26 Buchstaben des Alphabets enthält und die außerdem mit einem Sichtfenster versehen sind, durch welches ein einziger dieser Buchstaben zu sehen ist. Wir stellen uns vor, dass die Scheiben zufällig gedreht werden und eine Scheibe durch einen Mechanismus angehalten wird, sobald der Buchstabe in dem Sichtfenster mit der Vorgabe der Kombination übereinstimmt. Die übrigen Scheiben werden weiter zufällig gedreht und der Prozess wiederholt. Im Wesentlichen entspricht das System dem von Dawkins. Und Michael Behe hebt hervor, dass die Analogie vorgibt, ein Vergleich hinsichtlich der natürlichen Selektion zu sein, die eine Funktion benötigt, damit sie auswählen kann. Aber welche Funktion hat eine Buchstabenkombination, die falsch ist? Nehmen wir nun einmal an, wir hätten die Scheibe eine Weile gedreht und die Hälfte der Buchstaben sei nun richtig. Etwa so, m, d, t, u, i, f, k, q, i, n, i, o, a, f, e, r, s, c, l. Jeder zweite Buchstabe ist hier korrekt. Ausgehend von diesem Vergleich behauptet man, dass dies eine Verbesserung gegenüber einer willkürlichen Buchstabenreihe sei und uns dadurch geholfen würde, das Buchstabenschloss zu öffnen. Hinge ihr Fortpflanzungserfolg von der Öffnung dieses Schlosses ab. Also, hinge ihr Fortpflanzungserfolg der irdischen Lebensformel von der Öffnung dieses Schlosses ab, dann würde keine Lebensform Nachkommen hinterlassen. Bedauerlicherweise für Sober und Dawkins ist ein Buchstabenschloss ein hochgradig spezielles, irreduzibel komplexes System, das wunderschön demonstriert, warum in solchen Systemen Funktionen nicht nach und nach entstehen können. Und, tja, auch dieses Buchstabenschloss wurde von einem intelligenten Designer designt. In Dawkins Originalversion der tippenden Offen würde die Selektion nur die Versuche festhalten, die irgendeine Funktion hätten, was hinsichtlich der Analogie bedeutet, dass sich aus dem Tippen der Affen in jedem Zwischenschritt des Prozesses nur sinnvolle Wörter ergeben. Unter solchen Bedingungen, wenn man nur auf das Ergebnis von Dawkins Simulation sieht, könnte der Prozess nicht einmal beginnen. Nicht einmal im Ansatz können Dawkins Ideen der irreduziblen Komplexität gerecht werden. Statt eines Vergleichs bezüglich der natürlichen Selektion auf der Grundlage zufälliger Mutation ist das Sober-Dawkins-Szenario in Wirklichkeit ein Beispiel für das genaue Gegenteil. Ein intelligentes Wesen steuert die Konstruktion eines irreduzibel komplexen Systems. Dawkins' Affen scheinen Komplexität zu erzeugen. Aber ist das überhaupt möglich? Stellen wir nun ein paar weitere Berechnungen an. Kommen wir zurück zu den 28 gleichzeitig tippenden Affen des ersten Szenarios. Wir wählen einen Affen aus und überlegen, mit welcher Wahrscheinlichkeit er in N-Versuchen den richtigen Buchstaben des Zielsatzes entsprechend seiner Position erhält. Die einfachste Art, dies zu berechnen, ist zunächst zu überlegen, mit welcher Wahrscheinlichkeit er in irgendeinem der Versuche nicht den richtigen Buchstaben trifft. Dies entspricht 26 von 27. Nach Bernouis' Theorem liegt die Zahl der falschen Buchstaben nach einem Versuch im Mittel bei 28, 26, 27. Da alle richtigen Buchstaben festgehalten werden, wiederholen wir jetzt den Prozess mit den Affen, die noch keinen richtigen Buchstaben getippt haben und so weiter. Dies ist die Essenz kumulativer Selektion. Auf diese Weise bleiben im Mittel 28, auf 26, 27, zu hoch N fehlerhafte Buchstaben übrig, die nach N-Versuchen ausgewählt werden. Die Zahl beträgt ungefähr 5 nach 43 Versuchen, soweit liegt Dawkins richtig. Die durchschnittliche Anzahl fehlerhafter Buchstaben nach 60 Versuchen ist 3 und liegt etwa bei 0 nach ungefähr 100 Versuchen. Eine tatsächliche Berechnung ergab 0,64286. Was geschieht hier? Wir haben ein intelligent programmiertes Gerät benutzt, um das eigentliche Problem zu beseitigen, das wir ursprünglich lösen wollten und das nicht in der Herstellung von Backsteinen oder Buchstaben lag, sondern darin, sie in die richtige Reihenfolge zu bringen. Der erste Eindruck ist, wir hätten die gesamte Information der Zeichenfolge me thinks it is like a weasel erzeugt. Das haben wir jedoch nicht. Alles, was wir erreicht haben, ist eine bekannte Folge, durch einen teilweise zufälligen Prozess zu erzeugen. Es wurde keine neue Information erhalten. Mit anderen Worten, Dawkins Mechanismus erhebt den Anspruch, ein Mechanismus für Wahrscheinlichkeitszunahme zu sein. Jedoch besteht die Wirkung, zunehmender Wahrscheinlichkeit darin, Komplexität zu mindern. Damit etwas komplex ist, darf es, wie wir gesehen haben, nur eine von mehreren echten Möglichkeiten sein. Aber Richard Dawkins' Algorithmus kann nur ein Ergebnis liefern, seinen Zielsatz und das mit einer Wahrscheinlichkeit von 1. Damit beträgt die im Prozess hinzugefügte Information genau 0. Nebenbei sei bemerkt, dass das Festhalten einer richtigen Eingabe, damit diese nicht wieder verloren gehen kann. Der Behauptung gleichkommt, vorteilhafte Mutationen würden in einer Population immer bewahrt. Wie der Evolutionsbiologe Sir Ronald Fisher in seinem grundlegenden Werk zeigt, ist dies in der Natur nicht der Fall. Die meisten vorteilhaften Mutationen werden durch in Anführungszeichen zufällige Einwirkungen oder durch die wahrscheinlich viel größere Anzahl schädlicher Mutationen ausgelöscht. Dies widerspricht der seit Darwin vorherrschenden Meinung, dass natürliche Selektion die geringste vorteilhafte Veränderung bewahren würde, bis sie von der Population übernommen wird. Außerdem liefert es weitere Beweise für das Argument der irreduziblen Komplexität. Und wie wir eben an diesem Kombinationsschloss illustriert haben, eine vorteilhafte Mutation ist nur dann vorteilhaft, wenn sie gleichzeitig mit einem großen Anteil anderer vorteilhafter Mutationen vorkommt. Ein verhängnisvoller Fehler des Zielsatzarguments im Fall der tippenden Affen. Eine weitere Möglichkeit, die elementaren Schwächen von Dawkins' Analogie zu demonstrieren, ergibt sich, wenn man den Satz Me thinks it is like a weasel durch das vollständige menschliche Genom ersetzt, das über 3 Milliarden 3 mal 10 hoch 9 Buchstaben lang ist, von denen jeder Buchstaben entweder A, C, G oder T ist. Dawkins' Szenario bringt uns dazu, uns 3 Milliarden tippende Affen vorzustellen, um wieder mit dem üblichen Mechanismus die richtigen Buchstaben der Folge zu enthalten. Die Wahrscheinlichkeit für jeden Affen, den falschen Buchstaben zu tippen, ist 3 von 4. Nach N Versuchen liegt die Anzahl der falschen Buchstaben bei ungefähr 3 mal 10 hoch 9, was kleiner ist als 1 nach ungefähr 80 Versuchen. Im Mittel würde man so das menschliche Genom in 80 Versuchen erhalten. Man könnte auch hervorheben, dass nach Schätzungen nur ungefähr 1 bis 5% der DNS aktiv genutzt werden. Und wenn wir das in unser Modell eingeben, indem wir die Sequenz auf 5% ihrer ursprünglichen Länge reduzieren, dann würde im Mittel die ganze Sequenz in weniger als 65 Versuchen erzeugt. Was bedeutet das? Das Dawkins' Modell nicht brauchbar ist für die Simulation einer Komplexität im Sinne einer richtigen Buchstabenanordnung, die aus einer zufälligen Sequenz durch einen ungesteuerten Evolutionsprozess gebildet werden kann. Denn die Forderung nach der Existenz eines Mechanismus, der einen Versuch mit der Zielsequenz vergleicht und sich dieses merkt, bedeutet, dass das eigentliche Problem, nämlich die Buchstaben in der richtigen Reihenfolge zu erhalten, bereits vor dem Start gelöst wurde. Also so als hätte ein intelligenter Planer dafür gesorgt. Es wurde vollkommen aus dem Problem ausgeklammert, indem es in das System eingebaut wurde mit dem Ergebnis, dass erwartungsgemäß die Zielsequenz in einer kleinen Anzahl von Schritten erreicht werden kann, da diese von Anfang an das Ziel war. Dies ist der Schlüssel der Analyse aus der Perspektive der Algorithmischen Informationstheorie. Dawkins' Maschine versagt. Und sie versagt genau da, wo wir es nach Küppers Fazit erwarten können. Nämlich die in der Ausgabe von Dawkins' Algorithmischer Maschine erhaltene Information ist bereits entweder in der Eingabe oder in der Informationsstruktur der Maschine enthalten. Letzteres ist der Fall. Dawkins' gesamter Ansatz erweist sich nur als weiteres Beispiel dafür, bereits Vorausgesetztes zu beweisen. Der Philosoph Keith Ward kommentiert dazu treffend, Dawkins' Strategie, Staunen und Unglaublichkeit zu reduzieren, funktionieren einfach nicht. Sie verlagert nur das Erstaunen über die spontane Entstehung eines komplexen und ersehnten Resultats auf die spontane Existenz einer wirksamen Regelung, die das ersehnte Resultat rechtzeitig liefern muss. In seinem Buch Tower of Babel, also Turm von Babel, versucht Pennock die Situation zu retten, indem er behauptet, die Dawkins' Sober-Modelle seien nicht als Analogien für natürliche Selektionen bei zufälliger Variation gedacht, sondern eher für kumulative Selektionen. Der Versuch scheitert, weil das Kernproblem die Abhängigkeit des Prozesses von einem Mechanismus ist, der einen Versuch mit einem Zielsatz vergleicht. Es ist genau diese Fähigkeit des intelligent konstruierten Mechanismus, sich die Buchstaben im Zielsatz zu merken, sobald sie erscheinen und bevor sie eine vorteilhafte Wirkung haben, die den Selektionseffekt kumulativ macht. Ohne den geplanten Mechanismus gibt es keine kumulative Selektion. Die Dawkins' Sober-Argumentation hat erhebliche Schwachstellen hinsichtlich der Glaubwürdigkeit der Idee, dass ungesteuerte natürliche Prozesse Information erzeugen können. Allerdings führt sie dazu die Glaubwürdigkeit von Intelligent Design, also der Idee bezüglich der theistischen Evolution, dass Evolution nicht nur durch ungesteuerte natürliche Prozesse, sondern durch einen intelligenten Informationsplan entworfen, von einem intelligenten Planer von Gott eben entstanden ist. Denn sie zeigt, dass selbst dort, wo man gestützt auf stark materialistische Voraussetzungen versucht, den Ursprung der biologischen Information zu erklären, wenn man dies nicht tun kann, ohne intelligent geplante Mechanismen hineinzuschmuggeln. Der Computerwissenschaftler Robert Berwick schreibt dazu, unsere ganze Erfahrung mit simulierter Evolution, anfangen von Dawkins' Biomorph-Programm, für das er Preise ausschrieb, für den, der herausfinden würde, wie man wirksam interessante Formen der Organismen auswählen kann, bis hin zu den jämmerlichen Erfahrungen mit künstlichem Leben, die Berlinski erwähnt, zeigt, wie schwierig es ist, etwas ohne künstliche Selektion oder ohne das Einbauen der angestrebten Lösung zu erreichen. Philip Johnson hat dieses fundamentale Problem gut erfasst. Es braucht mehr menschliche Intelligenz, den Computer so zu programmieren, dass er aus einem zufälligen Buchstaben-Selektionsprogramm »Me think it is like a weasel« erzeugt, als nur das Druckersymbol anzuklicken und den Zielsatz aus dem Computerspeicher auszudrucken, in den wir es zuvor eingegeben haben. Marcel-Paul Schützenberger, der berühmte französische Mathematiker, war Teilnehmer der WISTA-Conference und gab 1996 ein Interview, in dem er Mutationen mit typografischen Fehlern verglich. Darin sagte er, Evolution könnte keine Ansammlung solcher typografischer Fehler sein. Er fuhr fort, Dawkins' Modell zu analysieren und betonte, es sei ohne eine Verbindung zu offensichtlichen biologischen Wirklichkeiten und habe aus mathematischer Sicht das Dreierproblem Komplexität, Funktionalität und ihr Zusammenwirken unberücksichtigt gelassen. Was zeigt uns all dies? Wir haben unsere Betrachtung auf ein Beispiel aus einem ganzen Spektrum von Computersimulationen konzentriert, welche die Evolutionsmechanismen einschließlich der Entstehung des Lebens simulieren sollten. Ein großer Teil der Forschung auf diesem Gebiet wurde unter anderem von Stuart Kaufman und seinen Mitarbeitern am Santa Fe-Institut durchgeführt. Wir haben entdeckt, dass man in die untersuchte Simulation bereits von vornherein die Information hineingesteckt hat, also intelligent hineingeplant und hineinorganisiert hat, die diese erst erzeugen sollte. Also wie, wenn Gott eben ein Ziel andenkt und dann die Mechanismen dazu konstruiert. Genauso. Und wir haben auch erkannt, dass schon das Programmieren des Computers eine intelligente Aktivität ist. Allzu leicht vergisst man das beim Nachdenken über solche Simulationen und übersieht somit die Tatsache, dass diese Simulationen in Wirklichkeit ein Argument für das exakte Gegenteil dessen darstellen, was sie eigentlich zeigen sollten. Steve Fuller bringt diesen Gedanken auf den Punkt. Schon allein die Vorgehensweise, Evolution auf einem Computer unter Maßgabe von jemandem wie Kaufman zu simulieren, liefert starke Argumente für einen göttlichen Schöpfer. Schließlich ist jedes Computerprogramm streng genommen das Produkt von intelligenter Planung und nicht wirklich ein sich selbst organisierendes Wesen, das am Rande des Chaos um sein Überleben kämpft. Wenn Menschen einen Computer programmieren können, der ein Ergebnis von solch tiefgehenden, selbstorganisierenden Fähigkeiten liefern kann, warum sollte Gott, ja genau der hier, das nicht auch können? Kurzum, die Stellung von Intelligent Design als alternative Erklärung für die Emergenz des Lebens dürfte umso mehr Nahrung erhalten, je stärker Evolutionsforscher sich auf Computer stützen, um zu zeigen, dass die Naturgeschichte nicht nur kompliziert, sondern auch wahrhaft komplex ist. Das liegt einfach daran, dass beide Positionen immer schwieriger voneinander unterschieden werden können und Evolutionstheoretiker auf dem Spielfeld der Menschen spielen, welche von einer intelligenten Planung der Schöpfung durch Gott, den intelligenten Schöpfer und den intelligenten Planer ausgehen. Die Alternative für Evolutionisten wäre natürlich zu zeigen, dass es in der Natur eine Von-Neumann-Maschine gibt, die keine Anzeichen von menschlicher oder sonstiger Planung aufweist. Doch warum sollte man so etwas tatsächlich als Argument bringen? Denn etwas, was nicht vom Menschen geplant ist, aber geplant ist, da müsste man erstmal zeigen, dass diese Planung tatsächlich einem Zufallsprozess vorausgeht. Wenn aber ein komplexes System von komplexer Aneinanderreihung von Information, und zwar von hochspezifischer Information, die auch kodiert wurde und auch enkodiert werden kann, dann tatsächlich, wenn man dieses komplexes System dann betrachtet, dann stellt man fest, dass bei einer Computersimulation, die das Ganze eben genauer betrachten sollte, wir eben genau dieses Phänomen haben, dass wir dieses komplexe Informationssystem nicht auf irgendwelche Zufallsprozesse reduzieren können, weil jeder Einzelne, wenn ich jetzt nur sage, hallo, ich bin der christliche Idealist, dann, und dann könnte man durch reinen Zufall vielleicht in 10, 20 Versuchen einmal auf einen richtigen Buchstaben kommen, oder dass zum Beispiel, dass die ersten zwei Anfangsbuchstaben H und A in hallo dann tatsächlich einfach mal nebeneinander stehen. Aber dann hätte man immer mehr Zeit verloren und man hätte dann letzten Endes gezeigt, dass erst ein solch intelligentes, etwas so intelligentes angedacht werden muss, um dieses Ziel tatsächlich zu erreichen. Denn bei diesen Computersimulationen soll etwas gezeigt werden, dass durch reinen Zufall die Komplexität von informationellen Systemen möglich sei. Aber dabei hat man diese Computersimulation nicht nur programmiert, sondern auch das Ziel, das am Ende herauskommen sollte, bereits festprogrammiert und festgeschrieben. Also so, als hätte jemand die Evolution nicht nur geplant, sondern eben, als hätte er gesagt, die Evolution, ich fange jetzt damit an, die Evolution hat dieses angedachte Ziel und ich konstruiere jetzt die Mechanismen zu diesem Ziel. Und wir haben ja gesehen, ein einziges Hämoglobin-Molekül, wie unwahrscheinlich es ist, dass es sich durch natürliche Selektion einfach mal so schnell zusammenbaut. Und auch beispielsweise der genetische Code, der unter einer Million Zufallscodes ein einziges Mal ungefähr so vorkommt, auch der scheint kein Zufall zu sein. Sodass wir letzten Endes sagen müssen, was Dawkins tut, ist reine Augenwäscherei und wir haben gesehen, Gott schlägt den tippenden Affen. Und ich möchte noch einmal anmerken, ich leugne hier nicht die Realität der Evolution. Dafür gibt es nun genug Beweise. Doch ich rufe einfach nur mal ins Gedächtnis, dass schon Darwin gesagt hat, er ist kein Atheist. Dass schon Darwin Ludwig Büchners Versuche abgelehnt hat, die Evolution für den Atheismus zu instrumentalisieren. Und dass jemand wie Francis Collins, der das Human Genome Project leitet und ein Experte auf dem Gebiet der Evolutionsbiologie ist, dass so jemand tatsächlich an Gott glaubt. Dass so jemand bekennender Christ ist. Und da sollte man sich dann schon fragen, ein tippender Affe, ist das wirklich, sollte das wirklich ernst gemeint sein oder sollte das nur ein schlechter Scherz sein? Was ich aber zum Schluss sagen kann ist, Gott schlägt den tippenden Affen.